Sie sind seit vielen Jahren im digitalen Unternehmertum tätig, betreiben ein Portal und einen Podcast zu den aktuellen Themen und haben sich selbst auch so vor ungefähr zehn Jahren, haben Sie erzählt, auf den Weg gemacht in ein papierloses, beziehungsweise zunächst in ein papierminimales Büro und Leben. Das heißt, Sie wissen aus der eigenen Erfahrung, wie man so vorgehen kann, was gut ist, was schlecht ist, was notwendig ist, kennen viele Werkzeuge, haben viele Chips auf Lager und bevor Sie uns die verraten, würde mich erst mal interessieren, was verstehen Sie unter einem papierlosen Büro? Was ist da für Sie so die Definition? Ja, im Grunde genommen ist das papierlose Büro, wie der Name schon sagt, alles das zu reduzieren, was in meinem Businessalltag oder auch in meinem privaten Leben Papier verursacht und das nicht irgendwie in Ordner zu stecken, in physische Ordner, sondern eben in digitale Ordner, wenn man so will und dann auch die Möglichkeit eben von überall aus Zugriff auf diese Dokumente zu haben. Das ist ja einer der wesentlichen Faktoren, neben den Umweltaspekten, kommen wir sicherlich auch noch gleich darauf zu sprechen, dass ich wirklich zentral ein digitales Archiv habe und dann egal und gerade in heutigen Zeiten, wo wir flexibel arbeiten müssen, wo wir zum Teil auch durch Corona dezentral gezwungen wurden zu arbeiten, dass wir da eben Zugriff auf die wichtigsten Dokumente haben. Okay, danke. Und was meinen Sie, was braucht man für ein digitales Büro? Oder was braucht man nicht mehr, viel mehr vielleicht auch? Also eigentlich braucht man nicht vieles. Es ist immer die Frage, mit welchem Grad des papierlosen Büros möchte man anfangen und wie tief möchte man gehen. Eigentlich reicht hier so ein Handy, ein Smartphone. Die sind mittlerweile so gut, dass ich damit Dokumente erfassen kann. Es gibt sehr gute Apps, die Dokumente in PDF-Dateien umwandeln lassen, sogar in OCR, also Texterkennung. Und dann kann ich diese Dokumente weiterverarbeiten, also archivieren, ablegen. Und das ist so der erste Schritt. Und das zweite ist dann, und so habe ich angefangen, papierlos oder papierreduziert zu arbeiten, ist dann eben die Tatsache, dass ich meine physischen Notizen abgeschafft habe. Ich war es leid, immer wieder blättern zu müssen, suchen zu müssen, was habe ich noch mal zu dem Termin, zu dem Kunden geschrieben. Und damals war es noch so, da gab es, oder waren die CM-Systeme noch nicht so und man hat halt vieles auf physisches Papier geschrieben. Das ist heute noch so. Ich sehe ja bei Kollegen und Kolleginnen, die sagen, nee, ich brauche das physische, aber damit habe ich angefangen. Und wenn man so will, ist es das Handy, ein Tablet und ein Stift beziehungsweise eine Notizen-App, dann ist man schon relativ weit. Klingt ja schon mal ganz einfach eigentlich. Ist es auch. Ist es auch super. Und welche Vorteile sehen Sie im papierlosen Büro, papierlosem Leben? Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, die Arbeitswelt oder das Leben hat sich ja insgesamt sehr verändert. Wir mussten oder mussten nicht zuletzt durch Corona uns wesentlich flexibilisieren. Und es sind viele Aspekte. Einmal das mobile Arbeiten, was relevanter geworden ist, was wichtiger geworden ist. Aber auch die Umweltaspekte sind nicht zu vernachlässigen. Also das Thema Nachhaltigkeit. Also ich brauche um ein Vielfaches weniger Druckerpapier, Druckermaterialien. Bei uns im Unternehmen ist es beispielsweise so, dass wir nur noch einen Drucker haben und wir sind zehn Leute. Und der Drucker ist vielleicht einmal in zwei Monaten aktiv, wenn irgendwie der Azubi sich irgendwas ausdrucken will. Oder das Finanzamt irgendwas schickt. Aber auch das ist selten geworden. Also es geht. Und in beiden Unternehmen, wo ich arbeite, die mir gehören, arbeiten wir zu über, ich würde sagen, 95 Prozent papierlos. Also es funktioniert. Das sind uns auf jeden Fall so ein bisschen die Vorteile. Aber wir wissen ja, wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Ja, da müssen wir natürlich auch darüber sprechen. Ja, genau. Es ist natürlich ganz wichtig. Es ist ein Veränderungsprozess. Und das ist immer so mein erstes Credo zu sagen, man muss es wollen. Ich finde das Wort Change nicht so ganz passend oder ist auch überstrapaziert. Aber man muss es wollen. Bei mir war es auch ein Prozess. Ich war einfach zunehmend genervt, Notizen nicht zu finden oder Informationen von Meetings, von Kundengesprächen. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Dann habe ich ganz viel getestet, habe erste Stifte ausgetestet mit dem iPad. Und die waren noch sehr schlecht, sage ich jetzt mal. Wenn ich mit dem Handballen auf dem iPad lag, wurden da irgendwie Striche gezeichnet. Also das hat mich nicht überzeugt. Und irgendwie war auch der Schmerz, wie man so schön sagt, noch nicht zu groß, als dass ich das dann irgendwie in Kauf nehmen wollte. Und mit dem Apple Pencil dann ungefähr war es dann so weit, wo ich gedacht habe, okay, jetzt reicht es. Die Notizen-Apps waren damals dann auch so gut, dass man auch wirklich seine Notizen quasi rein digital umsetzen könnte. Und das war bei mir so der ausschlaggebende Moment, auch wirklich zu sagen, ich habe eine Notizen-App. Ich kann darin suchen, sogar handschriftliche Notizen suchen. Ich kann sie mir strukturieren in bestimmten Ordnerstrukturen. Und ja, das war bei mir so der Stein des Anstoßes. Und so hat sich das dann mit den Jahren auch immer wieder verändert und entwickelt. Okay. Spannend. Und wenn Sie jetzt mit jemandem sprechen, der noch so voll auf Papier ausgerichtet ist und nur damit sagt, er kann nur damit arbeiten. So eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung vielleicht. Was würden Sie ihm empfehlen? Wie ist die Herangehensweise? Ich glaube, erst mal muss man die Vorzüge nochmal aufzeigen. Das, was ich eben schon gesagt habe, es gibt ja sehr viele Vorzüge, warum man papierlos arbeiten kann. Ich glaube, eines der wichtigsten Themen ist neben Nachhaltigkeit, dass man produktiver arbeiten kann. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig. Das erfordert aber, ich habe es gesagt, auch so eine Art Change-Prozess. Also ich muss es wollen, ich muss es wirklich wollen mit all den Höhen und Tiefen. Das hat auch bei mir nicht immer reibungslos geklappt. Ich habe mich immer wieder erwischt, in alte Muster zurückzufallen. Ich habe mich dann mit Zeitmanagement-Methoden beschäftigt, um auch da nochmal so insgesamt meine Arbeit nochmal produktiver gestalten zu können. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, den man einem aufzeigen sollte. Was sind die Vorteile? Wie einfach ist das? Und dann ist es natürlich immer auch, ein Prozess bringt immer auch Reibung mit. Das heißt, ich muss es wollen. Ich muss Disziplin haben. Ich muss es konsequent umsetzen. Ich muss immer wieder nachjustieren. Und das muss einem, glaube ich, bewusst sein. Und dann kann man diesen Schritt-für-Schritt-Weg ins papierlose Büro gehen. Und da ist halt die Frage, wo fängt man an? Also was ist der kritischste Punkt für einen selbst oder für das Unternehmen selbst? Also bei mir war es die analogen Notizen. Dann kam das Aufgabenmanagement hinzu, dass ich mir keine Post-Its mehr oder To-Do-Aufgaben auf einem physischen Zettel geschrieben habe, also meine Tagesaufgaben und die abgehakt habe, sondern das auch dann digital umgesetzt habe und so. Und dann ist dieser schrittweise Prozess, glaube ich, für viele ganz gut, die so einen Hemmschuh haben, zu sagen, ich möchte weiterhin analog arbeiten. Und wenn ich dieses Zeitfenster habe, dann ist das, glaube ich, so diese schrittweise Umstellung ganz, ganz gut. Und wenn ich es natürlich vom Unternehmen her vorgegeben habe oder bekomme, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Dann ist Kommunikation, transparente Kommunikation, Aufklärung, was wir eben gesagt haben, auch Nachhaltigkeitsthemen und so weiter und so fort. Kollaboration, gerade heutzutage ja auch gemeinsam mit anderen Kollegen, Kolleginnen zu arbeiten, ist ein Thema. Und auch das hilft mir ja. Ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung, da gab es Laufzettel für die verschiedenen Abteilungen. Arbeitsvorbereitung, Einkauf, Verkauf und jeder musste seinen Kürzel drunter setzen, wenn ein Dokument oder was Bestimmtes bearbeitet wurde. Das kann ich ja heutzutage mit Tools wunderbar und transparent machen. Und das sind Riesenvorteile, auf die man nicht mehr missen will, wenn man sich mit den Themen mal so ein bisschen intensiver beschäftigt hat und auch mit den Möglichkeiten. Ich erlebe es immer wieder, auch bei, ja nicht nur bei Kollegen, auch Freunden, die sagen, also es ist Wahnsinn, welche Möglichkeiten mir ja digitale, ich nenne sie immer gerne Werkzeuge mittlerweile bieten und um wie viel schneller ich werde. Und dann ist das natürlich von der Umsetzung, von der Dimension sehr unterschiedlich. Ich kann ganz klein anfangen, was ich eben gesagt habe, so dieses minimale Setup, aber das geht natürlich dann auch sehr komplex mit Prozessen, die ich zum Teil automatisieren oder teilautomatisieren kann, wo ich viel mehr Fokus habe für meine eigentliche Arbeit und viele Dinge, die ich ansonsten, ja, ich nenne sie gerne mal so früher als ABM-Maßnahme umsetzen musste, nicht mehr machen musste. Und das führt natürlich auch dazu, dass man als Mitarbeiter, auch man selbst, zufriedener wird, weil ich dann die Arbeiter oder die Dinge fokussieren kann, die mir wirklich Spaß machen. Und das kann ich ja in allen Bereichen, angefangen von der Buchhaltung bis hin zu jedem Einzelnen individuell, also der Grad der Umsetzung, der ist ja relativ groß. Und ich glaube, oder meine Erfahrung zeigt auch, dass dieses Step-by-Step und das Mitnehmen aller, das sind so die wichtigsten Erfolgsfaktoren neben dem eigenen Willen, es auch wirklich zu tun. Das klingt sehr spannend und jetzt haben Sie eigentlich auch relativ gut schon erklärt so, dass das papierlose Büro viel mit einer guten Organisations- und Aufgabenstruktur auch zu tun hat. Und Sie haben das Wort Werkzeuge erwähnt. Wenn ich Sie jetzt nach Ihren drei Lieblings-Online-Werkzeugen fragen würde, um papierlos zu arbeiten, welche würden Sie nennen? Die liebsten drei? Ja, also das hat sich natürlich über die Zeit verändert. Auch das muss man natürlich dazu sagen. Also es ist nie so, dass man immer mit einem Tool oder mit einem Werkzeug arbeitet, sondern man versucht, sich ja immer stetig weiterzuentwickeln und das anzupassen. Und die Tools haben sich auch weiterentwickelt. Wenn Sie mich heute fragen, welche Tools sind für mich die wichtigsten, dann ist es, ich sage mal, was die Hardware angeht, das iPad, weil ich Apple-Nutzer bin. Das geht aber auch sicherlich mit einem Android-Tablet, der Apple-Pencil, GoodNotes als digitales Notizbuch, als meine Möglichkeit, eben alles digital an Notizen zu erfassen, Skizzen zu machen. Auch in Schulungen, wenn ich Mitarbeiter schule, kann ich das per Bluetooth beispielsweise an den Bildschirm projizieren, kann Skizzen machen. Und dann das dritte ist Notion. Notion ist für mich das All-in-One-Werkzeug, wenn man so will, um mein digitales Gehirn, Projektmanagement, aber auch die Kollaboration mit anderen Mitarbeitenden bei mir im Unternehmen zu forcieren. Da ist wirklich alles drin. Also es ersetzt für mich, das habe ich vor Jahren eingeführt, viele einzelne Insellösungen, sage ich mal. Also Evernote, was so digitale Notizen angeht, vielleicht Trello, was das Projektmanagement angeht. Das kann ich alles in Notion machen. Und ich sage immer, Notion kann eigentlich so gut wie alles, aber nicht so richtig in der Tiefe. Aber das reicht für 80 Prozent. Das heißt, ich brauche nicht immer ein ausgearbeitetes Projektmanagement-Tool, wo es verschiedene Benutzerrollen gibt, verschiedene oder viele Funktionalitäten, die ich in meinem Alltag gar nicht benötige. Und deswegen ist Notion zu einem der wichtigsten Tools für mich geworden, weil man es sich selbst auf seine Anforderungen hin anpassen kann. Es gibt verschiedene Datenbanken, die man anlegen kann. Wir arbeiten zusammen im Team am Redaktionsplan Marketing, aber auch für eine Art internes Wiki ist es möglich. Das heißt also auch so das Intranet in Light sozusagen, wo auch Prozesse definiert werden können, also wo man eigentlich alles umsetzen kann, um eben zentral Zugriff zu haben, ohne dass man physisch anwesend sein muss. Und das ist, glaube ich, so, das sind so die wichtigsten Tools, wenn man einfach mal starten will, die mich aktuell in meinem Alltag auch wesentlich begleiten. Frau Ottersbach, das klingt super. Ich danke Ihnen ganz sehr für die Chips, für den Einblick, für Ihre Erfahrungen und hoffe, dass ganz viele sich auf den Weg machen in ein papierloses Büro. Das hoffe ich auch. Gerne. Alles Gute. Danke. Danke, gleichfalls.